Terraluna Classic in Richtung neues All-Time-High. Wie wir von diesem Move hier sportportfolio-technisch übergeordnet profitieren möchten, aber auch untergeordnet, wie wir uns da jetzt hier trade-technisch mit unserer kostenlosen Telegram-Signale-Gruppe positionieren, schauen wir uns jetzt hier alles gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen, Servus und herzlich willkommen zum heutigen Terraluna Classic Spezial-Update von Trading & Air. Wir schauen uns heute Terraluna Classic hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, gehen wir immer zu Beginn ganz kurz darauf ein, was hat sich die letzten 24 Stunden und was hat sich die letzten 7 Tage hier am Chart getan und gehen dann rüber ins Geschehen, wie sieht es übergeordnet aus, was erwarten wir da die nächsten Monate und gehen dann eben den Time-Frame runter, ja was erwarten wir jetzt die nächsten Stunden, was die nächsten Tage und welche Levels werden diesbezüglich eben auch relevant für mögliche Spot-Portfolio-Käufe als auch eben mögliche Long- oder auch Short-Trades mit unserer kostenlosen Telegram-Signale-Gruppe. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt im Video gerne mal Daumen nach oben da lassen, falls es noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um den YouTube-Alco zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Starten wir direkt rein, Terraluna Classic notiert hier aktuell bei den 0,0167 Cent und ist dementsprechend auf die letzten 24 Stunden gesehen hier 4,7% im Minus und wenn wir jetzt die letzten 7 Tage mal begutachten, sehen wir hier 16,5% im Minus, gucken wir uns aber alles gleich im Detail an, was das jetzt für uns eben im Chart bedeutet. Damit würde ich sagen, starten wir auch direkt rein und beginnen hier erstmal auf dem Daily-Time-Frame für die Personen unter euch, die entweder neu auf dem Kanal sind oder einfach die letzten Videos noch nicht gesehen haben, wiegen davon aus, dass wir hier einmal seit unserem Low einen gelben Impuls nach oben hinaus ausgebaut haben, dementsprechend mit diesem einen High hier unseren ersten übergonnen Impuls abgeschlossen haben, dementsprechend ist hier eine weiße 1 hinterlegt und haben dann unseren Abverkauf hier im WXYXZ untergliedert, dementsprechend ist hier unten unsere rote Welle Z gefunden, demnach haben wir hier auch unsere weiße Welle 2 eben abgeschlossen und kommen jetzt eben in der nächsten impulsiven Bewegung nach oben, heißt wir warten hier nochmal einen 5-Teiler, eben einen Impuls und hier bingeln die absoluten Mindest-Targets bei den 0,07 Cent. Das wäre aber hier grundsätzlich erstmal das One-to-One-Lyser, dann hätten wir hier einen 3-Teiler nach oben hinaus ausgebaut, was eigentlich per se erstmal bearish ist, da wir aber hier langfristig im Krypto-Bereich und auch bei Taraluma Classic eben ja bullisch gestimmt sind, dass wir hier nicht in 3-Teiler ausbauen, gehen wir davon aus, dass hier eher die oberen Targets relevant werden, heißt hier einmal die 0,13 Cent bis sogar eigentlich regulärer Extension-Bereich der Welle 3, hier beginnen bei den 0,35 Cent, was vom jetzigen Preis natürlich nochmal einen ordentlichen Pump bedeuten würde. Jetzt gerade hier der obere Bereich wären jetzt hier fast nochmal 2000%, ist aber unserer Meinung nach oder auch laut Elliott-Bellen gar nicht so unwahrscheinlich, wenn wir uns das gleich hier auf dem kleineren Time-Film anschauen. Bevor wir aber darauf eingehen, ganz kurz wie immer noch der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, so sehen die Signale aus, wie immer muss dazu gesagt sein, das Ganze ist natürlich keine Anlageberatung, so traden wir, ihr könnt die Trades nachmachen, müsst das natürlich nicht. Wir traden auf Bidget, gibt es auch einen Link unter der Videobeschreibung, wenn ihr euch darüber registriert, spart ihr euch im Endeffekt einfach einen Großteil an Gebühren, unterstützt natürlich den Kanal und habt, wenn ihr die Signale nachtraden möchtet, gar keine Kursabweichungen mehr. Sonst Token-News-Gruppe auch in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr hier den Austausch in der Community sucht oder einfach hier erst kleinere Trade-Ideen oder Updates von unserer Seite aus eben Intraday nicht verpassen möchtet. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt runter auf den 4-Stunden-Timefilm und schauen uns aktuell unsere primär leicht favorisierte Erwartung eben an und da ganz kurz vielleicht noch der Hinweis, da hatten wir nämlich seit unserem letzten Update-Video euch nochmal Up-to-Date gehalten in der Token-News-Gruppe, da scrolle ich vielleicht gerade nochmal ein bisschen hoch, da gibt es nämlich auch immer dann eben solche Updates, wenn wir noch ein bisschen was minimal am Kauen verändern, kam jetzt hier eben das Update rein, dass wir vielleicht davon ausgehen, dass hier mit dem High unsere gelbe 3 drin ist und das ist aktuell hier weiterhin unsere primäre Erwartung und zwar dementsprechend zählen wir das Ganze aktuell wie folgt, dass wir hier unten ein 1-2 ausgebaut haben mit einer Trunkation in unserer roten Z, da komme ich gleich nochmal dazu, und dann eben jetzt hier einmal hochgekommen sind in einer gelben 3 und jetzt aktuell noch weiterhin in unserer gelben Welle 4 verweilen. Haben jetzt hier bereits dreimal das 0,382 hier perfekt angetatscht, theoretisch kann aber auch noch das 0,05er auf jeden Fall interessant werden, kommt hier rein bei den 0,0138 Cent, dann würden wir aber spätestens eigentlich die Trendumkehr sehen möchten, heißt, dass wir noch ein letztes Mal hier einen Impuls nach oben bekommen und in Richtung Hjj hier eben dann unsere gelbe 5 auszubauen, um hier unseren ersten übergeordneten Impuls in unserer weißen 3 dann eben abzuschließen, das Ganze wäre dann hier in dem Fall eine grüne 1. Sollten wir jedoch hier unterbrechen, also unter das 0,5er brechen, steigen die Wahrscheinlichkeiten, dass es sich nicht um diesen Count handelt, kommen wir auch gleich dazu. Ganz kurz noch der Hinweis, es ist hier einfach sehr interessant, je Börse haben wir hier unterschiedliche Lows geschlossen, deswegen zählen wir das aktuell hier als Trunkation, man kann aber auch eben sagen, okay, das Low ist hier drüben drin, dann ist es aber eben dieser andere Count, von dem ich auch gerade gesprochen habe, der eben dann wahrscheinlich wird, wenn wir hier unser 0,5er rausnehmen. Dann haben wir nämlich hier auch eine bearish Alternative drauf, und zwar würden wir das Ganze dann so counten, dass wir unten einen 1,2 gesehen haben, dann mit der 3,4 hier runter, passt auch ganz gut proportional die 2 zu 4, dann hier oben eben mit einer sehr starken 5 eben hier extendiert und haben dann eben hier oben unser Top bereits ausgebildet. Dann würden wir aktuell davon ausgehen, dass wir jetzt bereits hier in unserer grünen Welle 2 sind, da beginnen dann auch hier die Targets bei 0,012 Cent, statistisch gesehen liegt der Fokus immer auf dem Golden Pocket, lese ich jetzt nicht vor, seht ihr ja die Zahlen, aber hier kommt auch eben in dem Bereich nochmal eine Ineffizienz vor, heißt hier ja sehr starker Support zwischen 0,5er und Golden Pocket für diese Wellen 2 Korrektur, da wir aber bei Bitcoin als auch bei Luna 2 beispielsweise noch davon ausgehen, dass wir noch einmal unser High holen werden, ist aktuell weiterhin unsere primäre Erwartung, dass wir hier uns in diesem Count hier befinden, dementsprechend noch ein letztes Mal ein weiteres Higher High erwarten. Und da ist jetzt einfach mal fiktiv, oder was heißt fiktiv, einfach die 1 geschnappt eben an unser aktuelles Low eben angelegt, wäre das 1,2,1 jetzt hier ein minimales Higher High. Wenn wir hier noch ein bisschen tiefer kommen, verschiebt sich das 1,2,1-Rage, dann wären natürlich hier auf jeden Fall auch andere Bereiche interessant, können wir uns mal ganz kurz hier folgende Bereiche anmachen, dann wird hier wahrscheinlich 1,2,6er bis 1,3,2er wird dann minimales Higher High bedeuten, oder wir kommen sogar hoch, gegebenenfalls bis zum 0,618er, das kommt natürlich dann auch ganz auf die interne Struktur an. Grundsätzlich aber, wenn wir es jetzt hier mal ganz kurz zusammenfassen, gehen wir weiterhin davon aus, dass wir hier uns in diesem Count befinden, heißt, dass wir hier entweder jetzt wirklich Zeit nach unseren Anstieg reinbekommen, kann aber natürlich auch sein, gut möglich, dass wir jetzt hier noch ein Triangle ausbauen, noch ein bisschen länger seitwärts laufen, da warten wir jetzt einfach ab, wie wir jetzt hier genau unsere 4 ausbauen, um dann eben auf jeden Fall, ja gegebenenfalls in einen Long Trade einzusteigen, wenn wir jetzt hier dann eben den ersten Impuls nach oben bekommen, dass wir natürlich gucken, wie groß der dann wird, um dann eben hier das Ganze hier nochmal in Richtung Higher High mit einem Long Trade mitzunehmen, oder, ob wir oben schauen, jedenfalls das Ganze hier Short Trade technisch mitzunehmen, um dann in unseren grünen Bereich hier eben das Ganze dann runterzuschorten. Genau, so viel eigentlich dazu, wie gesagt, 0.5 war ein sehr, sehr interessantes Level, wenn wir das rausnehmen, handelt es sich sehr wahrscheinlich, oder steigen einfach enorm die Wahrscheinlichkeiten, dass es sich hier um diesen Count handelt, dann gehen wir wirklich sehr stark davon aus, dass wir hier direkt in Richtung unseres übergordener 0.5ers, oder eher in Richtung Golden Pocket dann eben abverkaufen. Aktuell, Stand jetzt, sieht das Ganze aber eher korrektiv aus, was eben weiterhin für NL4 sprechen würde, und gerade wenn wir uns, wie gesagt, Bitcoin und andere Altcoins anschauen, gehen wir einfach da bei den meisten Coins einfach davon aus, dass wir noch einmal unser weiteres Higher High hier holen, bevor wir unseren ersten großen Impuls dann eben ausbauen, und erst dann in unsere größere Korrektur eben einsteigen. Aber, wie gesagt, auch hier ist das Ganze möglich, halten wir euch natürlich in der Talking-News-Gruppe up to date. Heißt im Endeffekt aber ganz starkes Augenmerk jetzt hier auf die Gegenreaktion. Und sollte diese hier korrektiv ausfallen, sieht das Ganze schon sehr danach aus, als hätten wir hier gegebenenfalls ein A, B ausgebaut, und würden dann auch mal in der C eben abverkaufen, würde eben für den Bearish Account sprechen, oder wir kriegen hier den vorhin genannten Impuls nach oben und raus rein, dann sieht es sehr danach aus, als wären wir hier weiterhin unsere primären Erwartungen, heißt, dass wir hier die 1, der 5 ausgebaut haben, da nochmal eine 2, 3, 4 und 5 eben bekommen, um das Ganze dann hier auch gegebenenfalls Long-Trade-technisch in Richtung Higher High mitzunehmen. Genau, und das soll in der Stelle auch schon gewesen sein, wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support, gerne mal ein Like und einen Kommentar lassen, und sonst würde ich sagen, Trading ist raus, wir sehen uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst die Tage regulär zum Crypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.